hallo und willkommen zurück bei minecraft let's play together gemeinsam mit der tibra hallo andoin grüß euch hallo und mir dem andoin ja es geht fast dort weiter kurze pause gemacht ich hab mein bauwerk um ein stück gehoben ich war zu nieder zu den eingang hier aber ja gut ist ja kein problem einfach kopiert und auf ein gerauf gesetzter stück ja ich bin mittlerweile mit meinem auch schon etwas fortgeschritten ich mache da jetzt mal weiter ja bei meiner kanalisation weiter gebaut die deutscher die kurve das war hilfslinie reingemacht mit den kloster und mit das annähernd ungefähr den bogen bekommt da herunten wie man es oben in der straße mit sechs vielleicht wieder oben also dann ja diesen straßenverlauf da in seinem bogen das will natürlich da unten bilden oder bin jetzt mit drinnen und ja ja da hast du wahrscheinlich einfacher mit meinem bauwerk das glaube ich nicht was sie baut nein ich verrate es nicht was die vorlage ist aber ich glaube man kann es dann doch bald erkennen wenn ich bin ich nicht wirklich verfehle was ich mache ich habe einen vorschlag die zuschauer können raten was denn tibra da baut ja das ist eine möglichkeit es ist ein bekanntes bauwerk okay ich hätte schon ein bisschen geholfen nein nichts geholfen gut na gut dann immer wieder zu einem anderen tagesordnungspunkt oder gehen wir zu einem anderen tagesordnungspunkt ja ja wir haben jetzt einen film den wir doch kürzlich gesehen haben ganz anderes genre titel die winzlinge die winzlinge genau was gibt es da zu sagen ja vielleicht um was geht es bei dem film es ist ein animationsfilm aber nicht komplett animation sondern nur die akteure also sprich die winzlinge also die schauspielerische bewertung wird etwas schwierig und der rest vom film ist real also es kommen sogar menschen vor ja am anfang keine hauptakteure in dem film aber es gibt sie sind real verfilmte also reale personen und die ganze landschaftsaufnahme und so ist ebenfalls real ist eine europäische produktion ja französisch glaube ich so weit wir das feststellen konnten ja die winzlinge das sind kleine insekten wie wir sie alle kennen von marienkäfer bis zur ameise von der fliege bis zur was kommt noch vorher spinne hecht komfort sogar ein fisch ja ein fisch kommt vor stimmt und ist glaube einer der animationsfilme der jetzt nicht unbedingt rein für kinder gemacht gedacht ist wobei es den durchaus auch schauen können ich würde nicht sagen dass er nicht kinder geeignet ist das nicht aber sicherlich kein reiner kinderfilm ja und wir beginnen mit dem bild in technischer hinsicht bild in technischer hinsicht ist sehr gut für mich weil trotz der animierten insekten die sich so perfekt einpassen in die naturaufnahmen ja da kann man eigentlich nur sagen super gemacht also man kennt dann fast keinen unterschied mehr die leben die animierten insekten leben in der natur in der echten natur bewertung bewertung auf jeden fall ein eins und dort weiterzumachen wo ich aufgehört habe von tippa eine technische bewertung meinerseits vom bild sehr gut es ist überhaupt schwer in aktuellen verfilmungen nur jüngtoren fehler zu finden bild man könnte vielleicht an den figuren bis an den computer animierten besprechen aber das kommt dann bei effekte also das bild generell die landschaftsaufnahmen und so weiter toll kristall klar ein bild rauschen also mir wenig so aufgefallen ja von mir auch eine 1 wirkt schon fast 4k hd also nicht nur heute finischen sondern das neue format aber das kommt mir sowieso mittlerweile bei einigen blurys vor dass die durch die digitalen filmaufnahmen also ja extrem gut sind die brüder im wind ja mal der war cool das ist wirklich schön schön gemacht verfilmung ist da dabei und österreich deutsch und auch extrem guter qualität ja zum nächsten bild künstlerisch ist halt bei animations filmen relativ schwer aber ist sehr schön gemacht und zwar das muss ich wieder zielen es ist sehr einfach zum teil dargestellt logisch einfach die handlungen ja man könnte hier glaube ich auch nichts besser machen ich bin mir nicht ganz sicher wo es hin gibt zu den effekten oder zum videoschnitt die würde sagen ich gebe den videoschnitt eine 2 und zwar deshalb weil die europäischen animations firmen mein gefühl noch nicht so weit sind wie die amerikanischen aufgrund wahrscheinlich einiger effektschwächen haben sie damit im videoschnitt bis so gearbeitet und manche szenen also sehr sehr schnell geschnitten um wahrscheinlich das eine oder andere in der animation zu kaschieren okay ja ton 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 es ist zwar gut ist auch musik ist gute untermalung was für mich zu wenig teilweise bisher herausgearbeitet war und deswegen wie kommt es für mich erstmals ein zweier die unterschiedlichen sprachen unter anführungszeichen der tiere es hat da da die ameise hat dem marienkäfer beigebracht ihre sprache unter anführungszeichen zu sprechen es war aber nicht der unterschied herausgearbeitet dass man sagt okay das war jetzt eindeutig zu hören eine zwei premiere ist jetzt gnadenlos ich bin gnadenlos geworden so ungefähr ja ich bin mir nicht ganz sicher ob der punkt nicht eher in der künstlerischen audio geschichte ist aber wir lassen es mal so ich will ich bin meine nicht weil sie doch da glaube ich naturaufnahmen oder verändert haben und das ist glaube ich ja also ich schließe mich bei dem ich bin sogar leicht versucht und drei aber das wäre dann doch zu gemein weil mittlerweile die europäische auch schaffen dass sie einen guten seroton hinbringen das ist bei dem film gut die kanaltrennung könnte vielleicht nur etwas besser sein aber ja das ist eher kritik auf sehr hohem niveau also ich bleib bei dem zwei auch ton soundtrack künstlerischer ton hat also und man hier kann man wenig über synchronsprecher reden und so aber wie sind die fiebstöne zu den figuren ja wie ist der soundtrack ein bisschen musik hat es ja auch gegeben wie war das für dich das der soundtrack war eigentlich stimmig das soundtrack war stimmig die dramatik war was dramatisch oder wenn das gefühl war von der heilen natur dann hat es auch gepasst der soundtrack war stimmig ja das hat gepasst das kriegt ihr wieder eine eins kriegt bei der tibra wieder eine eins ja ich kann nicht allzu viele hinzufügen bei mir wird es trotzdem eine zwei weil der soundtrack natürlich im vergleich zu anderen produktionen heute ja es ist europäische produktion ist wahrscheinlich nicht das budget dahinter genau und deswegen will ich es nicht vergleichen also das gibt ein budget immer die effekte die effekte waren simpel aber gut eingearbeitet glaube ich und vor allem die tiere waren super gemacht ganz einfach ich zähle das heißt eine eins bei dir ja natürlich bei mir ist es auch eine eins die effekte selbst ja man kann sie jetzt nicht unbedingt vergleichen mit einem star wars oder sonstiges aber dafür ist das was sie erreichen wollten also der film heißt ja schon die winzlinge ich nehme bei den effekten jetzt die animation dazu von den figuren und da kommt das thema meiner meinung nach sehr gut rüber dass es um die die winzlinge winzigen insekten geht das ist für mich ganz hervorragend herausgearbeitet ja deshalb eine eins die ausstattung man kann hier nicht wirklich von ausstattung reden ist aber insofern gut sie haben mit wenig aus wenig viel gemacht wie zum beispiel aus der zuckerdose und deswegen gefällt es mir sehr gut weniger als mehr in dem fall ich hätte bei der ausstattung auch reingenommen nach dem spiel zwar der hintergrund ist ja ein realer wald aber das was sie reingebaut haben für die winzlinge also zum beispiel dort der hauptakt der ist hier im regenkiefer und er reist da halt mit ameisen hat dann auch noch einmal ein solo auftritt wo er versucht selbst etwas zu schaffen kommt da in so eine art kanalisation oder ich glaube so unter der straße so ein regenabfluss oder so was das sein soll und trifft dort dann wieder einen anderen winzlinge und ja ist also genial gemacht schaut es euch an es kommt da dann so ein kleines häuschen vor wo dieser bewohner wohnt also es ist grandios es ist wirklich weniger als mehr in dem fall und das ist wirklich mehr ok der filminhalt die story die story hat mich gefesselt mehr als ich dachte vor allem weil zwischen gute und bösen ameisen immer hin und her es ist ein verlauf drinnen es hat aber irgendwo nein es hat nicht einmal ein durchhänger gehabt es hat jede szene seine berechtigung du fragst du fragst sachen eine eins oder ja bitte eine eins gibt die tibra für die die story sehe ich genauso bei mir gibt es aber deshalb oder trotzdem eine zwei weil es nichts neues war also es war jetzt nicht die große überraschung es ist sehr klassisch man hat sich meiner meinung nach sogar bei der story sehr richtung hollywood orientiert die klassische gute seite die klassische böse seite ja stimmt es soll jetzt nicht wie klingen wie wenn es schlecht wäre weil ich stehe prinzipiell auf die hollywoodfilme also käme da auch dazu und bin nicht der der immer die großartigen sozialdramen braucht aber es war halt auch wenig überraschung dabei stimmt ja ja deshalb der 2 schauspieler gut das freut in dem fall weg und das in kronen stimmen haben wir schon gehabt ja da sind wir eigentlich dann fertig ich gebe da mal ein 0 1 kann das sein 0 dürfte es eigentlich nicht beeinflussen gute frage nein dürfte nicht beeinflussen das zählt ja nicht ja also bei tibra war es wieder ist es aber keine glatte nein es ist keine glatte 1 dann muss ich wirklich bei der formel da jetzt was ändern und zwar unser leben ist mit formeln bestimmt es gibt für alles eine formel ja man kann es mathematisch lösen bei der tibra ist es eine 1,1 bei mir ist es eine 1,6 ergibt eine 1,4 ok wir müssen wirklich kritischer werden ich vor allem du bist hier kritisch ich weniger und wir haben es geschafft es ist sogar zeit über geblieben jetzt kann ich nur ein bisserl bauen und nicht nur herumfliegen da du kannst dich aufs bauen konzentrieren so eine überraschung okay ich versuche da gerade was zu kopieren da stelle ich mich doch glatt hier hin und versuche nicht runter zu fallen und da drauf stellen ja es hat funktioniert schön dann werde ich auch nicht ausgelacht ja langsam wird es schon jetzt muss ich glatt zu dir rüberfliegen und mir deine kanalisation ansehen ja ich schaue da nur ja der turm ist okay jetzt der kinder ja gefällt mir auch sehr gut siehst du war ja drüben bei der tibra außerhalb der aufnahme jetzt sieht sie es bei mir nicht aber ja das Bauwerk aus tibra da begonnen sieht man dass es ein turm wird wird etwas tolles ich hoffe dass etwas tolles wird ist zwar noch eine menge arbeit aber das soll mich nicht stören gut so wo bist du Straße müsste ein Loch sein okay und da soll ich rein fallen und dann finde ich dich da einfach rein genau okay dann nehme ich aber den abkürzer durchs Warnlager hier nochmal kurz abstellen ich soll ja da irgendwie rüber kommen ja jetzt schaut es besser aus wo es komisch ich muss mir dann noch seitlich was vor dem turm überlegen und dann einen ständigen sockel der schwebt ach ja und deine laternen brauche ich da hast du ja glaube ich eine schaltung gemacht bei den laternen ja kann man die mit kopieren ja das ist eine komplizierte kopierte mit ok wo sagt ich es schock stock stock ich setze mich mal ab das heißt du hast am ende der straße ein loch gemacht in der biegung dringend in der biegung wo es zu dem baum dahin geht das andere ende gut was da alles herum steht ah ja ups oh das wird aber schön schöner als meins ja aber wiegt ja nicht viel facettenreicher aber wiegt ja nicht hm kann ich mir glatt noch was abschauen ok und die kommt entlang von der straße ja also es ist nur da jetzt da die biegung ist halt ein bisschen herum die tour aber nachher geht ja dann eine gerade noch vor die kopiert dann wieder verstehe cool ich hätte aber gerne eine brücke von der einen seite zur anderen auch drüber ja naja die abgänge gibt es ja noch nicht die richtigen ach so wo man in die kanalisation reinkommt das ist eine nur abflüsse da es kommt dann richtig mit ja ich habe das schon gehabt weil ihr dümmlich da die abschlüsse als abgang auch verwendet das kann man dann richtig leitern hin und falltüren wo man rein kann mhm 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 oh ja die biegung ist ja dick geworden gerade ja und wie kommen wir da wieder raus ja draußen bin ich ja passt ja und wir haben das schon wieder geschafft mit der zeit mhm und irgendwo wird da nur ein fehler drin eruuuu so hab's ich werd mir dann einfach deine laterne kopieren so ich mach es nur kurz noch fertig und dann können wir die folge beschließen ja ja mach nur mehr viel ich habe viele ausgebessert jetzt schauen wir noch rüber zur tippe damit sie den tun setzt bei mir wenn sie begonnen hat es kopieren wir noch schnell deine laterne so ist so ein bisschen standbilder wieder da rauskommen vom wagenlager weg wir haben heute bevor wir mit den aufnahmen gestartet haben die wagenlager versorgen haben wir kontrolliert ob wirklich jetzt alle kisten funktionieren über das richtige drinnen ist ich habe dann ein bisschen nebenbei kontrolliert also aufgrund der vielen items die da drinnen sagen sprich die bilder mit den items drauf dass man weiß was ist in welcher kiste drinnen die schaltung drüber wir haben normalerweise ja so rund 60 frames sehr stabil wenn man da drinnen herumwandert bricht es runter auf teilweise 10 12 15 war auch anscheinend der grund war das beim letzten mal oder warum das beim letzten moment steht auch nicht funktioniert hat das heißt wenn man dann in der server lobby irgendwo bauen außerhalb also wo das warenlager weit weg ist wird das mit dem jeder wesentlich besser ja so fernlager hat jetzt schon mal begonnen also turm es ist eigentlich wird seine brücke und dass es praktisch die brücken auffahrt und warum verrätst du jetzt was ich baue ich verrate es ja nicht oder das wissen sie ja ja stimmt ja du musst du auch schon mir was gesagt ich starte so das war's wenn du es nicht gesagt hast dann tut es mir vielmals leid aber man hat es macht ja nichts nichts daran dass es ein turm auf einer folge ist ich wackele auch mit meinem stand also wenn ihr vorschläge habt was die tippe hier baut könnt ihr sind wieder bei mir in der folge in den kommentaren lassen oder bei ihr mal schauen wer richtig liegt und wer der erste ist alles klar oder die erste natürlich okay gut war es meine ansage deine meine nur dann hoffe ich dass es euch gefallen hat wenn ja wie immer daumen hoch ab und like und weiterempfehlen und beim nächsten mal wieder auf drehen wenn es heißt mangriff let's build together gemeinsam mit der tippe und dem anduin